So, da sind wir wieder. Äh, da-da-da-da. Ich guck hier nur. Achso, ich müsste ja mal drauf. Bergbaustrahl-Laser wird verstärkt. Wir stellen das jetzt einfach mal her. Äh, ich hab gedacht, der hier geht dann eigentlich jetzt weg, weil wir den haben. Habe ich eigentlich gedacht, so. Hm, okay. Na gut, wir steigen mal wieder aus erstmal hier. So, wurde gespeichert. Okay, wo wollten wir denn jetzt hin? Ich glaub, hier drüben. Wir scannen mal kurz. Vorhin waren wir da bei der Station, genau. Und hier drüben ist noch eine Pflanze, die würde ich gerne wieder natürlich abgernten. Oder sammeln. Und hier drüben war auch noch eine. Schilde auf Maximum. Okay. Hier war doch auch irgendwo noch eine Stadt, oder? Wo war ich nicht da? Ach, hier hinten. Da war das. Gut, dann laufen wir jetzt mal da hin. Jetzt haben wir schon so ein Ausdauer-Ding gebaut hier, dass wir mehr Ausdauer haben. wie können wir trotzdem nicht lange schnell laufen? So, Rumpfland entdeckt. Das laden wir dann nachher alles wieder hoch. Wir laufen erstmal hier und speichern. und gucken, was wir hier alles so finden. So. Trümmer. Brauchen wir den Pass? Also, wir müssen echt sehen, wo wir so einen Pass herkriegen. So, hier ist nichts. Äh, haben wir hier schon geguckt? Irgendwelche Karten. Ähm, was ist hier? Anzug-Upgrade. Oh. Natürlich wollen wir den annehmen. Da haben wir nämlich einen Platz näher. Das ist prima. Ist das jetzt geupgradet? Okay, anscheinend, ja. Noch irgendwas? Nee, hier ist nichts weiter. Das ist ja perfekt. Da haben wir jetzt einen Platz mehr im Anzug. Perfekt. Hat sich doch gelohnt, hier hinzugehen. Was? Gold? Nee, Eisen. Eisen. Ui. Ich hoffe, das Ding schießt mich nicht ab. So, das war's hier schon, oder wie? Das war's hier? Das... Ist das jetzt noch ein zweites, oder? Ist das das? Giftschutz stabilisiert sich. Ach, hier drin ist stabilisiert sich der Giftschutz. Gut, erwarten wir mal kurz, bis ich das stabilisiert habe. Oh, das müssen wir auch mal wieder aufladen. Ich glaube, wir brauchen mal wieder ein bisschen Kohlenstoff. So. Au! Was ist denn das so ein Ding? So was Bösartiges. Wir laufen doch hier auch nicht einfach rum und machen alles kaputt. Du, 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 du. Nochmal ein bisschen scannen, ob wir vielleicht irgendwas in der Nähe was Gutes finden. Hier unten sind noch ein paar Blümchen, die man leer machen können. und auch nicht. Das hier jetzt auch nichts. Okay. Und du, 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 ... Das hat sich gerade angehört. Das ist irgendwie irgendein Fieber. Aber das kann ja eigentlich gar nicht sein. Das sieht ja auch sehr interessant aus. Aber naja. Rein will ich da nicht unbedingt. Dann müssen wir unsere Waffe mal nachladen. Gut, wir steigen erstmal wieder ein. So. Ausdauer. Genau, wir hatten nämlich eine Ausdauer. So, was ist das hier? 20.000. Ui. Ein Nahrungsmittel, das bei den Gag extrem beliebt ist. Hm, okay. Ja, warum nicht? Das haben wir in unserem Raumschiff noch. Okay, gut. Ob man hier auch irgendwann Platz kriegt? Um noch Zeug herzustellen. Na gut, dann starten wir erstmal wieder. Wir können ja mal noch so ein bisschen hier bleiben auf der Welt. Vielleicht finden wir ja noch ein paar andere Stationen. Fliegen wir mal hier rüber. Hier unten ist noch irgendwas. Und da würde ich gerne hinfliegen jetzt. Dann fliegen wir mal da hin. Vielleicht können wir da wieder irgendwas... finden, was für uns gut ist. Landen wir mal. Landebereich ist nicht frei. Komisch, wieso landen wir da? So, da haben wir wieder einen Ort entdeckt. Kann man dann alles noch hochladen? Die ganzen entdeckten Orte. Hier war gerade eine Pflanze. Erstmal scannen, kennen wir die schon? Neue Entdeckung. Okay. Gucken wir mal, ob hier irgendwas Interessantes rumliegt für uns. Sieht aber nicht so aus. Das Ding hier sieht auch ziemlich zu aus. Ah, hier ist was. Ein Anzug auf Scrape. Können wir das jetzt um noch eins verbessern? Ja, wir verbessern einfach mal. Das hat jetzt uns 10.000 gekostet. Anzug. 14 Plätze. Okay. Was ist die Blume? Haben wir die auch schon entdeckt? Ne, die hat man auch noch nicht entdeckt. So. Ja, ich glaube, dann gibt es hier auch schon wieder fast nichts mehr. Gehen wir mal hier ein Stück den Berg hoch. Mal gucken. Also nochmal durch analysieren. Aber hier gibt es weit und breit eigentlich nichts Interessantes. Aber hier stand ja da, wo wir den Planeten entdeckt haben. Wenig Floran, Fauna. So, Raumschiff. Wir könnten mal ein größeres Raumschiff gebrauchen. Anzug. Das können wir ja eigentlich mal über Draht rüber aufs Raumschiff. Achso. Keine freien Plätze mehr. Na gut. Dann fliegen wir erstmal wieder los. Guck mal erstmal, wo wir hier hin. Vielleicht hier rüber. Oder kamen wir von da? Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir von da kamen. Naja gut, wir gucken erstmal rum. Nicht, dass wir jetzt auf die gleiche Station hier wieder fliegen, wo wir schon waren, hier vorne. Weil das sieht mir so bekannt aus. Na, wir fliegen mal hier hin und landen mal. Lande. Sequenz. Ich muss mir ja gleich sehen, wenn wir aussteigen. Und da steht der Ort entdeckt. Gut, hier waren wir noch nicht. So. Hier ist auch noch eine. So, hier auch. Dann gucken wir erstmal wieder, was wir hier so entdecken können gleich. Erstmal hier speichern. Jetzt brauchen wir mal wieder den Pass. Das war ja klar. Eine Perle. Okay. Okay. Was das ist, keine Ahnung. Das hat man bis jetzt noch gar nicht. So, mal gucken, was wir hier drüben noch. Ob wir da auch was finden. Überprägungsschiff erforderlich. Sie können in die Station hier rein. Dann wie hier. Exemplar erforschen. Oh ja, unser Ansehen hat sich verbessert. Na, wenigstens etwas. Mehr gibt es hier jetzt auch nicht. Dann gehen wir erstmal wieder raus. So. Scheint sie auch schon bewegt zu sein. Hier war doch gerade irgendwie ein Zeichen. Wo sind das jetzt hin? Hier muss noch so eine Klanze. So, das haben wir auch. Ach, wir müssen mal unsere Waffe nachladen. Äh, ja. Aufgeladen. Aufgeladen. Ist halt natürlich blöd, dass wir nur 48 Schuss haben. Das finde ich etwas blöd. So. Ach, was steht denn hier noch rum? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Das ist natürlich immer gut. Nichts gefunden. Naja. Da brauchen wir wieder den Pass. Ach, na toll. Inventar voll. Unser Anzug. Unser Schiff war doch auch voll. Oh, nee. Geht noch was rüber. Okay. Okay. Jetzt ist aber alles voll. Eine Perle. Gesundheit auf Maximum. Okay. Wo war jetzt hier überhaupt das Schiff? Reisemeilenstein erreicht. Okay, cool. Wanderer. 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 Also, man muss sagen, dass wir jetzt erstmal zu dieser Station fliegen und Zeug verkaufen. Würde ich mal so sagen. Nicht genug Treibstoffe in der Stadtröse. Das ist natürlich blöd, ne? So, da haben wir das aufgeladen. Oh, das können wir auch gleich aufladen. Sie bräuchten dringend ein Planet, wo wir Plutonium finden. Gab's hier keins? Gab's hier kein Plut? Doch da hinten, das war doch hier dieses Rote da. Da holen wir mal noch schnell was. Uh! Das war doch Plutonium, glaube ich. Genau. Dann nehmen wir mal davon, wenn ich noch ein bisschen was mit. Ach, nachladen. Wie nervig, ey. Dann nehmen wir jetzt mal einen Energiekanister. Das war auch noch ein bisschen. So. Wir könnten mal so eine Pflanze gut gebrauchen. Aber hier scheint es nicht so viele davon zu geben. Kohlenstoff, die haben wir doch da. Das war okay. Wieder aufladen. Ach, das ist doch... Jetzt geht man bestimmt nicht mal die Pflanze draus. Oder? Äh, 15. Sehr effektiv. Na gut. Gehen wir erst mal zum Schiff. Ähm... Was wollte ich denn jetzt machen? Hier noch ein bisschen aufladen. Geologie aufgeladen. Alles aufgeladen. Gut. Dann laden wir jetzt erstmal noch schnell das Zeug hier hoch, was wir entdeckt haben. Oh, den ganzen Planeten haben wir noch gar nicht hochgeladen. Hoho. War doch schon ein bisschen... Einiges, was wir entdeckt haben. Und den Stein noch. So. Dann hätten wir schon mal 177.000. Gut, dann werde ich erstmal die Folge beenden, weil die Zeit schon wieder rum ist. Und sage danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.